Hallihallo Freunde, wie man sieht, Natur pur, was gibt es Schöneres, als im Freibad zu liegen. Ihr seht, ich habe das Becken für mich allein, die Besucher, Terroristen, äh, Touristen sind weg. Also, ich habe es hier richtig schön, aber in diesem Sinne, es ist mir hier dann doch irgendwie zu wild in dem Wasser. Aber es tut gut, kommt vorbei, ich kann es nur empfehlen. Und jetzt, mit diesem Sprung verabschiede ich mich, mit diesem Kopfsprung, auf Wiedersehen.